Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Smartlines Kanal. Ich bin heute nicht alleine hier und zwar habe ich zwei Lightstrips bei mir. Einmal den Philips Hue Lightstrip Plus und in meiner rechten Hand den Ikea Möndorf Lightstrip. Dieses Modell hatte ich euch ja zuletzt schon ausgiebig vorgestellt. Ja, ob man die beiden Lightstrips mit vergleichen kann ist natürlich die Frage. Der Philips Hue Lightstrip kann verschiedene Farbtöne wiedergeben, zudem ja auch verschiedene Weißtöne. Wobei hingegen der Ikea Lightstrip ja aktuell nur 2700 Kelvin wiedergeben kann, was aber in den meisten Fällen ja sicherlich ausreichend sein wird. In diesem Video möchte ich einfach mal klären, lohnt es sich die, ich würde mal sagen 20 bis 30 Euro mehr auszugeben und den Philips Hue Lightstrip zu holen. Oder kann man sich vielleicht das Geld sogar sparen und greift hier zu der etwas günstigen Variante. Natürlich ist es kein ganz so fairer Vergleich. Wie gesagt, hier verschiedene Farbtöne, hier noch Weißtöne. Dennoch denke ich, dass man ja in diesem Preissegment die beiden schon ganz gut vergleichen kann. Und damit ihr mal so einen ersten Einblick bekommt, werde ich euch die jetzt mal im Detail vorstellen. Und dann erfahrt ihr auch, ob ihr euch das Geld sparen könnt oder doch lieber etwas mehr ausgeben solltet. Ich habe jetzt beiden Lightstrips vor mir liegen. Einmal auf der linken Seite den Ikea Myrnav Lightstrip und auf der rechten Seite hier das Philips Hue Modell. Ja, ich möchte das Video jetzt nicht unnötig in Länge ziehen. Da werde ich halt die wichtigsten Unterschiede einmal kurz erklären. Fangen wir aber mal mit der Länge und den Verlegemöglichkeiten an. Der Ikea Lightstrip ist zwei Meter lang und hat auf der Rückseite keine Klebefläche. Dort seht ihr nur die Schnittkanten, das heißt, ihr könnt den Lightstrip alle fünf Zentimeter kürzen, wobei der Philips Hue Lightstrip auf der Rückseite alle 33 Zentimeter gekürzt werden kann, ja, aber halt Klebeflächen hat. Wenn ihr die jetzt hier abzieht, könnt ihr den ja mit dieser Klebefläche wunderbar an einem Möbelstück anbringen und müsst nicht bohren. Das ist natürlich beim Ikea Lightstrip etwas anders. Da im Lieferumfang gibt es dann nämlich diese kleinen alte Clips hier. Mit diesen und den passenden Schrauben könnt ihr dann, ja, den Lightstrip quasi so erstmal verlegen mit diesen Clips und da rein kommt dann der Lightstrip. Der Nachteil ist ja, ganz klar zu sagen, wenn ihr das wirklich mit diesen Clips macht, müsst ihr natürlich ein Loch bohren und wer bohrt schon gerne in die Wand oder in die Küchenzeilen ein Loch? Also ich natürlich nicht. Ich glaube ihr auch nicht. Da ist dann die Philips Hue Variante schon die deutlich smartere Lösung. Ja, aber wenn man jetzt den Philips Hue Lightstrip über längere Zeit angebracht hat, kann es erstmal passieren, dass irgendwann die Klebeflächen natürlich nicht mehr so halten, wie man will und er abfliegt oder dass sie halt zu stark halten und man es nicht mehr abbekommt. Ja, da kann ich auch keine goldene Formel sagen. Ich glaube, da muss man sich einfach selbst überlegen, setzt man jetzt auf diese Halteclips oder möchte man doch lieber kleben. Ich schätze mal bei Amazon wird es auch ein entsprechendes Klebeband geben, was man hinten ran machen kann und dann sollte sich der Ikea Lightstrip auch ja wunderbar verlegen lassen, ohne dass man jetzt die ja Clips nehmen muss und ein Loch bohren muss. Ich denke mal, wenn man ein bisschen Amazon sucht, wird man da schon ein entsprechendes Klebeband finden. Kommen wir nun zum zweiten Unterschied. Beim Philips Hue Lightstrip habt ihr das Zigbee Modul und das Netzteil schon mit einem Lieferumfang enthalten. Beim Ikea Lightstrip müsst ihr das Netzteil, was jetzt ja hier in diesem Zigbee mit drin ist und das Netzkabel extra kaufen. Ich habe jetzt hier die 10 Watt Variante genommen. Das hat noch einige im anderen Video schon ein bisschen aufgefallen. Natürlich ist das hier zu schwach, das Netzteil. Eigentlich müsste man da schon das nächst größere Netzteil mit 30 Watt nehmen, weil der Ikea Lightstrip hat an sich schon 12 Watt maximal verbraucht und das Netzteil hier ist 10 Watt. Das heißt, im schlimmsten Fall wird irgendwann der Lightstrip nicht mehr leuchten, weil die Wattzahl nicht mehr ausreicht. Ich habe das jetzt hier aber getestet und konnte jetzt keine negativen Sachen feststellen. Das heißt, bei mir hat das auch alles so mit diesem Netzteil funktioniert, aber um wirklich auf der sicheren Seite zu sein, solltet ihr auf jeden Fall das größere Netzteil nehmen. Der Vorteil ist natürlich, ihr könnt dann auch einen zweiten Lightstrip direkt mit anschließen und könnt dann direkt das Netzteil weiter benutzen. Müsste ich dann noch mal zu Ikea fahren oder im Onlineshop ein anderes Netzteil bzw. anderes Zigbee Treibergerät holen. Beim Philips Hue Lightstrip, wenn wir jetzt schon beim Thema Verlängerung sind bzw. zweiter Lightstrip, der Philips Hue Lightstrip, lässt sich am Ende einfach mit einem Erweiterungs-Lightstrip, also 1 Meter ist das in der Regel, verlängern. Bis zu 10 Meter sollten da möglich sein. Allerdings muss man sagen, dass ab ungefähr 5 bis 6 Metern die Helligkeit schon abnehmen kann. Das hatten auch einige schon bei uns immer berichtet, dass halt bis zu 10 Meter sind möglich. Allerdings kann es halt wie gesagt passieren, dass 5 Meter die Helligkeit deutlich abnimmt. Muss man halt überlegen, möchte man unbedingt 6 bis 10 Metern haben oder reiche man auch 5 Meter, dann ist der Philips Hue Lightstrip sicherlich nicht die verkehrte Wahl. Hier kann man bedenkenlos zugreifen. Wenn ihr jetzt auf den Ikea Lightstrip setzt, habt ihr nicht die Möglichkeit zur Verlängerung. Am Ende ist zwar diese Endkappe drauf, ihr könnt ihn auch alle 5 cm kürzen, aber eine Verlängerung ist nicht möglich. Da müsst ihr dann schon entweder ein zweites Trafogerät nehmen, um den halt dahinter nochmal anzuschließen oder eine andere Marke wählen. Der Ikea Lightstrip lässt sich auf jeden Fall nicht verlängern. Das ist auch ein großer Nachteil, was ich finde, da man ja doch regelmäßig oder öfters vorkommt, dass man Strecken oder längere Strecken mit einem Lightstrip ausleuchten möchte. Wenn man den dann nicht verlängern kann, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ja, ist jetzt die erste Variante vom Ikea Lightstrip. Vielleicht wird Ikea da nochmal ansetzen und dann eine andere Variante rausbringen, mit dem man verlängern kann. Dafür ist der mit 20 Euro auch relativ günstig, hat eine super Ausleuchtung. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht groß erwähnen. Das sieht man schon hier auf dem Tisch. Der Philips Hue Lightstrip hat hier kleine Lichthöfe, was ja auf der Kamera sicherlich schlimmer aussieht, als es in echt ist. Aber im Vergleich mit dem Ikea Lightstrip, denke mal, da muss man nicht viele Worte folgen lassen. Da sieht man schon, der Ikea Lightstrip hat eine viel, viel gleichmäßige Ausleuchtung. Das liegt natürlich nur daran, weil hier auf der Oberseite schon ja so ein gummiartiger Überzug drauf ist, der das Licht besser streut. Beim Philips Hue Lightstrip habt ihr hingegen dann die einzelnen LEDs, die da durchgucken. Ja, deswegen ist der wahrscheinlich auch dann 400-Lumen heller. Würde man hier diese Gummifläche nicht drauf haben, wäre der wahrscheinlich auch ein bisschen heller. Ja, Nachteil beim Ikea Lightstrip, ihr habt wirklich nur diese 2700 Kelvin. Ihr könnt den zwar hohen runterdimmen, wenn ich jetzt hier über die App mit Philips Hue App mal die Helligkeiten verändere, seht ihr schon, dass beide gleich schnell reagieren. Allerdings kann man den Philips Hue Lightstrip auf bis zu 1% runterdimmen und der Ikea Lightstrip wird immer noch ein bisschen heller sein. Ob das jetzt ein Nachteil ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke mal, 1% beim Philips Hue Lightstrip, das ist quasi schon, also wenn das Ding aus wäre, da ist jetzt nicht mehr viel mit Beleuchtung. Und der Ikea Lightstrip hat halt bei 1% noch diese gewisse Helligkeit. Finde ich persönlich jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich glaube 1% wird man relativ selten benutzen. Muss man selbst überlegen. Ja, der Philips Hue Lightstrip kann wie gesagt verschiedene Farbtöne wiedergeben. Ich schalte dazu jetzt einfach mal den Ikea Lightstrip hier über die App ein bisschen dunkler. Wenn ich jetzt auf den Philips Hue Lightstrip wechsle, kann ich hier die verschiedenen Farbtöne wiedergeben. Das wäre jetzt ein extrem kaltes weiß, hier ein ganz warmes weiß, dann ja Dimm, volle Helligkeit. Wenn man jetzt auf die Farben wechselt, sieht man hier die verschiedenen Farben. Einmal den grünen Ton, dann hier ein blauer Ton, lila, rot. Also wie gesagt, das sind halt bis zu 16 Millionen Farben. Natürlich hat das noch nie jemand nachgezählt, aber ich glaube die Farbvariante wird dann schon bei den sag ich mal licht begeisterten Leuten schon ein bisschen mehr Euphorie hervorrufen, als halt diese einfache weiße Variante. Muss man natürlich überlegen, ist es einem das Wert hier die knapp 30 Euro schätze ich mal zu bezahlen und dafür halt einen Lightstrip zu haben, der verschiedene Farbtöne und Weißtöne hat. Oder nimmt man halt die 20 Euro, wo man wobei man natürlich sagen muss, wenn man hier noch dieses Trafaletzei dazu kaufen muss und das Kabel, was auch nochmal mit bis zu 25 Euro zusammen, ja, zu Buche schlägt, dann wären wir auch bei 45 Euro preislich, dann würde ich das natürlich nicht mehr so viel nehmen, aber muss man selbst überlegen. Wenn man sowieso bei Ikea ein und aus geht und sagt, okay man hat sowieso das Tread4 System mit den ganzen Dimm-Schaltern und so weiter in Benutzung, dann ist sicherlich der Ikea Lightstrip nicht die falsche Wahl, wenn man sagt, man hat sowieso Philips Hue, kann man wohl oder übel auch die 30 Euro mehr bezahlen und dann hier die Philips Hue Variante nehmen. Ich habe jetzt ein Ikea Lightstrip erst seit einigen Tagen bei mir, bisher hatte ich noch keine Verbindungsabbrüche, qualitativ nehmen die sich jetzt beide auch nicht so viel. Von der Verarbeitung, ja, Philips Hue natürlich wieder 1A, Ikea Variante ist auch nicht verkehrt, ich glaube, da würde auch nicht so schnell was abbrechen, kaputt gehen, man kann den flexibel drehen und wenden, wie man will. Allerdings, wenn man jetzt den Lightstrip zu doll drückt, dann kommen hier vorne, ich weiß nicht, ob man das sieht auf dem Bild, so ein bisschen die LEDs durch, aber ich denke mal, die wenigsten Leute werden hier das Teil nach vorne drücken und die LEDs da raus zeigen lassen. Das ist wahrscheinlich dann eher seltener der Fall. Der ist jetzt hier seit kurz, der ist draußen, der Philips Hue Lightstrip Plus ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Qualitativ hatte ich ja schon angesprochen, ungefähr gleichwertig, preislich, schon etwas Unterschiede, wenn man jetzt nur die Lightstrips betrachtet, ansonsten helligkeitstechnisch sind beide relativ hell, man kann auch wunderbare Räume ausleuchten. Natürlich immer in Kombination mit der Deckenlampe. Muss man sich überlegen, nehme ich jetzt ein, zwei oder mehrere Lightstrips, ja, ich kann mir den Ikea Lightstrip wunderbar als Nachtlicht auch vorstellen, am Bett oder halt auch im Sichtbereich. Philips Hue Lightstrip genauso. Den könnt ihr natürlich dann auch mit dem Philips Hue Entertainment Bereich koppeln, das heißt, wenn ihr das hinterm Fernseher anbringt, könnt ihr dazu auch die, ja, Hue Syncbox zum Beispiel benutzen oder Hue Entertainment am Monitor. Da bleibt einem jeder selbst belastet, wo man das dann letztendlich anwendet. Ich denke mal, ihr habt jetzt schon einen kleinen Eindruck bekommen, könnt euch die Teile, ja, dann effektiv mal auch im Shop anschauen, bei Ikea auf der Webseite oder bei irgendeinem Händler, zum Beispiel Amazon und nochmal selber vergleichen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch jederzeit an uns herantreten. Ich denke mal, ja, versuchen so schnell wie möglich die Fragen zu beantworten. Und für den ersten Eindruck soll es das erstmal gewesen sein. Wenn irgendwas offen bleibt oder ihr noch irgendwas wissen wollt, dann schreibt gerne. Ansonsten könnt ihr auch gerne abonnieren, würden wir uns natürlich freuen. Die Glocke aktivieren. Und ja, dann besucht uns auch gerne auf dem Blog und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!